Okay, gehen wir erstmal hier runter. Aus Gründen der Moral oder so. Und jetzt helfen wir so gut wie möglich. Auch wir wollen unsere Teile dazu beitragen, dass diese Welt eine friedliche ist. Ähm, ja, löblich, löblich. Aber ihr müsst hier wissen, inwieweit ihr bereit seid, Hilfe zu leisten. Hey, bitte unterlasse solche Bemerkungen. Es ist, wie es ist. Und uns gefällt es, okay? Fein, ich muss noch was besorgen. Du entschuldigst bitte? Natürlich, ich muss auch weiter in die Arbeit. Traurig, dieser Zustand, äh, unterzuhören. Hey, Moment mal, das ist eine geöffnete Truhe. Wachen wir hier schon mal? Ja. Ich glaube, das kommt mir bekannt vor. Wir suchen trotzdem nochmal. Ich hoffe, unsere Vorräte sind ausreichend für eine längere Zeit. Es scheint, wir müssten noch eine Weile hierbleiben. Keine Sorge. Ich werde dafür sorgen, dass ihr bald wieder so singen könnt. Das wäre toll. Wir sind starke Männer und werden die Eures das Fürchten lehren. Na, jetzt übertreibt mal nicht. Also, ich zittere schon vor Angst. Jetzt tut auf, ihn zu ärgern. Gezweih. Ja, ja, spottet ihr nur. Dann guckt ihr doof, wenn ich euch die Köpfe der Euresanführer bringe. Ich kann's kaum erwarten. Ein voller Fässer für Frischwasser. Leere Fässer für Frischwasser. Blitzstaub erhalten. Geheimnis. Es lohnt sich also doch noch hier ein bisschen oben zu sehen. Habt ihr Hunger? Ich könnte euch etwas Leckeres zubehalten. Danke, aber im Moment... Momentan sind wir nicht hungrig. Vielleicht später. Wie du möchtest. Aber denen geht was. Ist die gerade schief gegangen? Wie zur Hölle ist die schief gegangen? Die geht schief, Leute. Tatsache. Ich freue mich schon, endlich mal wieder ans Land gehen zu können. Irgendwann nervt dieses Geschaukel. Schon. Und dann bin ich froh, wieder ruhigen Boden unter den Füßen zu haben. Matrosen, hab es nicht leicht, was? Vollkommen richtig. Zum Glück haben wir nur selten Gefangene. Die machen auch nur Probleme. Dauernd schreien die nur rum. Und schon nicht muss man denen was zu essen bringen. Schon gut, schon gut. Das kannst du mir alles später mal erzählen. Die Rauhe See... Rauhe mit H. Rauhe See ist eigentlich nicht so Mädchen. Aber der Kapitän meinte, es wäre besser für unsere Moral, wenn wir auch Matrosinnen an Bord haben. Verstehst du schon? Männer sind doch alle gleich. Ich verbitte mir diese Unterstellung, my lady. Ich bin kein Chauvinist, wie dieser Kerl. Dito. Hey, unsere Matrosinnen sind alle freiwillig an Bord. Wer gehen will, kann gehen. Und mit deinem Rettungsboot an Land schwimmen, oder wie? Ach, bisher wollte er noch nie mal gehen. Na schön, ich geh mal lieber, ehe mir hier mein Frühstück aus dem Magen steigt. So, und ist ein erbärmlicher Feigling. Wie konnte so einer nur den Clan gründen? Gute Frage. Nein, wir waren noch nie... Ich glaube, das ist ein Bug. Egal. Aber wir waren noch nicht hier, denn da ist noch eine geschlossene Tour hier, Leute. Oh, da kommen wir nicht nach hinten. Doch können wir so durch? Nein. Zweimal gutes Felderhalten. Schwarzer Steinhalten. Speichersteinehalten. Schön. So, dann haben wir das durch. Ich glaube, dass der Kapitän da drin ist. Ich rede jetzt mal mit dem hier. Oberstermatose, genau. Oh, hallo. Hallo, wie lange müsst ihr euch schon in dieser Bucht verstecken? Naja, Sir Aaron hat uns vor zwei Monaten herbeordert, um uns für den Notfall bereit zu halten. Wir wollten lieber Missionen für den Clan fahren, aber uns fragt ja keiner. Keine Sorge, wir werden sicher Verbindung für euch haben. So? Nun, wenn der Kapitän euch und euren Kameradampieren folgt, wird es schon richtig sein. Ah, wie ich sehe, habt ihr eure Verbündeten dabei, Lady Nyria. Hoch erfreut. Ebenso. Ihr wurde gesagt, dass ihr mit mir sprechen wollt. Das ist korrekt. Ja. Ich vertraue Lady Nyria, da ich mir während ihrer Zeit beim Clan ein deutliches Bild davon machen konnte, welch aufrichtige Art Mensch sie ist. Wenn sie mir also sagt, dass sie die Älras entschlossener bekämpfen und den Clan neu aufbauen will, glaube ich ihr das. Die Wahl ihrer Verbündeten jedoch empfinde ich als äußerst zweifelhaft. Meiner Ansicht nach ist es der falsche Weg, sich mit dem einen Bösen zu verbünden, um dem anderen ein Schnäppchen zu schlagen. Ich verstehe eure Skepsis. Aber Böse ist nicht gleich Böse. Nur weil wir Vampire Menschenblut trinken müssen, schlachten wir sie dabei nicht reihenweise ab oder experimentieren an ihnen. Wir wollen keinen Krieg und ganz sicher wollen wir nicht die Welterschaft. Unsere Armee haben wir erschaffen, um den Älras stand zu halten. Alles, was wir Vampire uns wünschen, ist ein friedliches Leben unter den Menschen. Ja, eure Worte erscheinen mir zumindest aufrichtig, Bursche. Und ich spüre, dass ihr keine böse Person seid. Vielleicht war ich etwas voreilig mit meinem Urteil über alle Vampire. 1.000 Erfahrungspunkte erhalten. In jedem Fall steht es mir ohnehin nicht zu, ein Urteil über die Verbündeten des Clans zu fällen. Wir werden euch folgen und von nun an für euch segeln. Sollen es Steuereintreibungen oder Warenlieferungen auf die Lassalantin ist Verlass. Danke, Kapitän. Wir wissen das sehr zu schätzen. Es klingt, als wäre draußen in der Bucht ein Unwett aufgezogen. Oh, verdammt. Das kommt mir viel zu bekannt vor. Ein Glück. Ich dachte schon, es geht nur mehr so. Es wird doch nicht gleich. Hm? Wovon redet ihr? Wer flucht? Was geht da vor? Kapitän, der Schlosschef wird angegriffen. Schon wieder. Was zur Hölle? Überraschung. Kapitän, wir werden unseren Leuten auch nochmals helfen. Dann könnt ihr euch selbst von der Stärke der Vampire überzeugen. In Ordnung. Ich habe hier noch ein paar Heiltränke, Lady Nyria. Die werden uns helfen. Sechs Heiltränke halten. Drei Tränke in Ewigkeit halten. Speichern. Oh, bevor wir rausgehen, plundern wir erstmal. Da geht nichts, Leute. Seltsam. Na gut, dann halt raus. Befolgen wir uns diese Viecher etwa? Das ist ja gruselig. Zeigen wir Ihnen, wo wir Ihre Familien hingeschickt haben. Ich kenne die Dinge zwar noch nicht, aber die bluten sicher sind auch nur rot. Der Alex macht nur zwei Punkte Schaden und ist sehr langsam. Na egal, 4000 Erfahrungspunkte, eine Seele hatten, der Ritter Alex erreicht, Level 16. Juhu, er wird stärker. Die Viecher machen bei Nyria und bei Walna gar keinen Schaden. Ah, vier Punkte Schaden jetzt. Der Schaden hat sich verdoppelt von Alex. Finde ich schön. Aber bei Alex machen die sie Schaden, oder war? Ach nein, durch den Levelaufstieg. jetzt sind das zwei. Alex ist fast tot. Und er ist vergiftet. Einer ist besiegt. Er ist wirklich tot. Wir müssen einen Trank, der ich habe benutzen. Um einen Angriff, Leute, so ganz knapp. Naja, 8000 Erfangspunkte, zwei, eine Seele nur. Ritter Alex hat Level 17 erreicht. Super. Wo haben wir denn das Gegengift? Von einem Krankheitserum war es, oder? Ja. Ja. Er ist schon wieder tot. Vielleicht sollte er sich, ähm, dann mal heilen. wenn er das nächste Mal drankommt. Ach komm, das gibt's doch nicht. So, geschafft. Jetzt heilen wir ihn mal. Also das Erfahrungspunkt, er hat keine Seele erhalten. Da wird mir wirklich fast tragisch, was? Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir ihn ähnlich im Saalwetter gekämpft haben. Letztes Mal haben wir, war ich eine unwissene Anfängerin im Clan. Jetzt bin ich eine Führerin. Ich unterbreche deine Euphorie wirklich ungern, Nürja, aber die Monster. Ach so, da war ja was. Mach mal Heilbalsam. Hab wir eh ganz oft. Acht Punkte Schaden, super. Alex wird stärker. Er erreicht Level 18 und hat Entwaffnung erlernt. Und Umschlag kann er, blutiger Schnitt, Hitzeklinge, Kriegsreißer, Axtschwinger, Sonnenstich, eisiger Lemschnitt und jetzt Entwaffnung. Verringert, gegnerische Angriffskraft. Aha. 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 11 Punkte Schaden macht Alex schon. Keine Seelen erhalten. Das könnte Alex wieder, ja, hat den getötet. Er hält einfach zu wenig aus. Noch. Level 19 erreicht. Juhu. Heilen wir ihn mal. Wie viel Leben fehlt ihm eigentlich? 296. Er bekommt eine Heilflasche. Jetzt fehlen ihm noch 46. Kommt ein Heilbalsam. 21. Dann bekommt er nichts mehr. So, Nürria fehlt auch Leben. Kann Kräfte sammeln machen. Und Walna regeneriert er sowieso. Von alleine. 1. 2. 1. 206. 2. 1. 3. 2. 2. 1. 2. 2. Sehr schön! Ah, nein, das ist nicht gut. Ach, das ist ein Erfahrungspunkt. Ich hoffe, Alex ist jetzt nicht wirklich tot. Starre. Okay, passt. Er ist nicht wirklich tot. Glück. Wie viel Lebenspunkte? Der 296 wieder. Da kommen ja irgendwie immer mehr und mehr, Leute. Von diesen Viechern. Ich frage mich, wann das Schluss ist. So, wie viel fehlen ihm? Ganze 309. So, und jetzt noch 59. So, nur noch 9. Der hat sich geheilt. Hätten vielleicht seit Level 20 erreicht. Das bereitet mir Sorge, als würde alles in dieser Welt Stärke werden. In 10 Jahren überrennen solche Viecher noch unsere Schlösser. Bis dahin sind wir längst wieder in unserer Welt. Ach ja, richtig. So, ganze 300 fehlen jetzt. So, müsste noch 50 sein, also... Zack. Hat dritter Alex wieder volles Leben. Sehr schön. Mal sehen. Wie viel sind das denn? 169? Oh Mist. Ich habe auch so sehen Escape gedrückt. Egal. Vielleicht sollte ich auch bald mal wieder Walna heilen. Okay, jetzt sind es 240. So, jetzt nur noch 40. Zack. Muss reichen. Ich lasse Nyria auch mal wieder heilen. Und Walna, dann müsste das eigentlich... Naja, die machen mir leider mehr Schaden, als der regeneriert. Egal, da packt das schon noch. Und wenn nicht, dann machen wir mir mal einen Vampirstein. Okay. Vorsprung. Okay. So, beide besiegt. Rettalex erreicht Level 21, juhu!